Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Es ist wirklich passiert, Patch Notes sind gerade online gekommen und das Uber Unique Crafting wird kommen. Wie das Ganze genau abläuft, jetzt in diesem Video. Ich bin auch noch gerade ein bisschen sprachlos, weil ich damit echt nicht gerechnet hätte. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt mal in die Patch Notes rein und dann gucken wir uns genau an, wie das Ganze vonstatten geht. Und zwar würde ich ganz gerne bei den Patch Notes erst einmal über diesen Kommentar vom Entwickler sprechen, weil da auch ganz wichtige Dinge drinstehen. Und zwar, ich lese einmal kurz durch. Übereinzigartige Gegenstände sind sehr begehrt. Mit der Saison des Blutes haben wir das gezielte Farben von ubereinzigartigen Gegenständen mit Uber Duriel eingeführt, um Spielern eine weitere Möglichkeit zu geben, diese Art von Gegenständen zu erhalten. Das wissen wir ja noch. Letzte Season kam mit Saison des Blutes auch Duriel mit rein und da konnten wir auch das erste Mal wirklich nach Uber Unix farmen. Allerdings möchten wir den Spieler mehr frei beim Erhalt der von ihnen gewünschten und übereinzigartigen Gegenständen geben, da wir Feedback gehalten haben, dass der Erhalt von doppelten und unerwünschten ubereinzigartigen Gegenständen das Erfolgserlebnis schmälert. Ja, das finde ich ganz wichtig, weil da sieht man ganz genau, dass die auf die Community gehört haben. Ich habe das für mich auch unfassbar oft gehört, als ich letztes Season noch meine 2.000, 3.000 Duriel Runs gemacht habe. Hatte ich auch den einen oder anderen, der zum Beispiel den Großvater gesucht hat, grüßt geht raus nochmal an Steven, 2.000, 3 Wochen durchgehend Duriel gemacht hat, tausende Runs und nicht ein Großvater bekommen hat. Und teilweise 5, 6, 7 Mal das gleiche. Und ja, hier wurde auf jeden Fall hingehört. Ein neues System ermöglicht es den Spielern von doppelten und unerwünschten ubereinzigartigen Gegenständen gebraucht zu machen, indem sie sie für eine neue Ressource sammeln, da gehen wir gleich drauf ein, mit der sie schließlich einen ubereinzigartigen Gegenstand ihrer Wahl herstellen können. Auch wichtig. Man kann sich also wirklich gezielt aussuchen, welchen Gegenstand ihr wollt. Das ist jetzt schon krass, aber Leute, das ist ein Feature. Das ist nicht wie das Schlachthaus, was jetzt 6 Wochen drin ist und dann ist das weg. Das bleibt für immer. Bedeutet im Ergo, im Rückschluss auch, wenn ihr im Eternal, also ich denke mal weiter, es kommt irgendwann mal ein neues Uberunic rein, dann kann ich im Eternal ein paar Uberunics kaputt machen und mir sofort das neue Uberunic craften, ohne Duriel machen zu müssen und das irgendwie finden zu müssen. Ich hatte auch ein paar Kommentare, die sich gewünscht hätten, dass das Ganze für normale Unics auch reinkommt. Das fände ich persönlich zu krass, wenn man sich alles irgendwie ercraften könnte, aber dass man dann quasi das ganz neue Uberunic sich sofort ziehen kann, finde ich auf jeden Fall auch für die Zukunft sehr spannend. Außerdem wurde die Chance, dass Uber einzigartige Gegenstände außerhalb von Uber-Duriel-Begegnungen überall fallen gelassen werden, erhöht. Das heißt, die Chance, dass ihr Uberunics findet, außerhalb von Duriel, wurde komplett erhöht. Die Frage ist natürlich, wie viel. Vorher war es ja unmöglich. Ob es jetzt irgendwann mal möglich ist, so ein Ding zu finden, bezweifle ich noch. Okay, gehen wir mal hier unten rein, wie das genau beschrieben wird. Über einzigartige Gegenstände können jetzt gesammelt werden, um eine neue Ressource zu erhalten. Prächtige Funken. Ich gehe mal davon aus, das bedeutet, man muss Uberunics kaputt machen, um prächtige Funken zu bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass ein Uberunic einen Funken gibt. Bedeutet, man muss fünf Uberunics kaputt machen, um fünf Funken zu bekommen. Spieler können fünf prächtige Funken zum Alchemisten bringen und einen übereinzigartigen Gegenstand ihrer Wahl transmutieren. Bedeutet, man braucht auch noch einen sechsten, um diesen dann umzuändern in ein Uberunic eurer Wahl. Der Tab Ressourcen verfeinert des Alchemisten wurde in Transmutieren umbenannt und die Option zum Herstellen eines ubereinzigartigen Gegenstands ist unter diesem Tab zu finden. Okay, wenn wir uns das mal im Spiel angucken. Hier bin ich gerade beim Alchemisten und hier ist Ressourcen verfeinern. Und hier wird es dann einen weiteren Tab geben, der heißt Herstellen eines einzigartigen Gegenstands. Okay, hier braucht ihr dann also insgesamt sechs Uberunics, wenn ein Uberunic ein Funken gibt, um ein Uberunic eurer Wahl herzustellen. Ist krass, viele hatten gedacht zwei oder ich habe sogar gedacht drei, aber sechs ist schon eine Hauswahl, muss ich wirklich sagen. Lesen wir weiter. Ich würde gerne noch wissen, ob hier was von dem Melted Heart steht, aber ich glaube nicht. Und es bleibt dabei, dass Melted Heart das einzige Uberunic ist, das eine Range hat bei dem Afix Movement Speed. Naja, vielleicht wird das ja noch angepasst und die haben es immer neulich gecheckt, aber naja, wir bekommen Uberunic Crafting Leute und das finde ich extrem krass. Und das Ganze nächste Woche Dienstag, am 13. geht das Ganze am Start. Falls ihr also schon eine ganze Box voll mit Uberunics habt, Leute, könnt ihr die verkraften und euch das Uberunic craften, was ihr gerne möchtet. Für mich fällt das aktuell echt flach, weil ich bisher sowieso nur drei Stück habe. Dumi, Großvater und Melted Heart. Mehr habe ich tatsächlich noch gar nicht. Ich habe aber auch noch nicht so viel Duril gemacht. Ich glaube, wenn es hochkommt, 100, 150 Runs. Also ich war sehr lucky diese Season. Aber ja, wir können, ich finde das so krass, dass das wirklich kommt und dass das ein Ding ist. Dass wir einen Monat, ja noch nicht mal zum Monat, drei Wochen nach Season 2 die Chance haben, Uberunics selber zu craften und so ein System hier reingebracht wird. Und dann kann man es sich auch noch selber aussuchen. Ich bin ja stark davon ausgegangen, dass es ein random Uberunic sein wird und es wird auch nicht begrenzt. Wenn ihr 30 Uberunics habt, 30 mal Melted Heart, könnt ihr die alle verkraften und euch davon machen, was ihr wollt. Das finde ich so krass. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ich glaube, da gibt es eigentlich keine Negativstimmen, oder? Das ist einfach mega, mega geiler Fansupport und ich finde das mega gut. Es gibt ganz viele da draußen, ich auch, die viele, viele Uberunics doppelt und dreifach hatten. Bei mir jetzt gerade im Eternal und ich finde das mega, mega gut. Richtiger Schachzug von Blizzard. Ja, ich freue mich sehr drauf. Für mich sehr coole Sache. Ich würde mich sehr gerne voll auf den Kanal freuen, Leute. Sehr gerne ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein.